Keine besseren Angebote. Und zwar Inventar. Was haben wir hier denn alles? Das Messer war eigentlich richtig geil. Was brauchen wir da? Reparieren. Der Hammer ist eigentlich noch, glaube ich, ganz gut. Der Hammer ist noch gut, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, in diesem Falle brauchen wir nicht aktivieren. Wir machen weiter mit dem Fischer-Glas. Das ist jetzt einfach noch ein bisschen zu heftig. Den ganzen komischen Typen hier. Aber hier, glaube ich, können wir doch irgendwas looten. War hier nicht noch was? Eine Kiste? Nein, die können wir nicht looten. Hier können wir die aufmachen. Wir brauchen wahrscheinlich wieder einen Schlüssel. Den haben wir nicht. Also Dietrich hatten wir schon, aber... Ich glaube, ich werde da erst noch ein bisschen mehr von farmen. Was wird das machen? Da unten ist auch nichts drin. Ich glaube, ich werde da noch ein bisschen mehr von farmen. Kotz mich du an, du Sau. Kann ich das hier irgendwie sichern? Ich glaube, jetzt bin ich gerade in der Sicherheitszone. Stirb, du Schwein! Tschüss! Denn sowas sollt Da muss ja noch einer rumrennen. Wunder! Wow, ey, ey. Dann kann ich dir das scheiß Haus sichern. Säubern Sie das Areal und schalten Sie den Strom ein. Okay. Wo kann ich Strom einschalten? Irgendwo muss der blöde Stromkasten sein. Da ist Strom. Oder? 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 Das hier oder was? Nee. Können wir nichts machen? Ah, mei. Ich sehe das nicht. Alter, das ist genau über mir. Stürb doch, du helleniges Vieh. Meine Fresse. Boah, Leute. Okay. Sollen wir in ein Safehaus? Sehr gut, weil dann kann ich eben hier schon mal übernachten. Okay. Sehr gut. Wird dir bitte hier schön, ist dir bitte hier irgendwas? Eine Uhrzeit oder so wird es... Ah, 9.14 Uhr. Okay, wir haben eigentlich noch Zeit. Und wir reparieren noch gleich mal. Ah, keine Repetition. Ach, nö. Oh, das habe ich nicht gewusst, okay. Können wir also nicht mehr reparieren. Da brauchen wir mal ein neues Messer. Dann wollen wir uns aber bald ein Messer finden hier. Oh, das ist cooler. Ah, keine Ahnung. Uh. Ich bräuchte eine Waffe, die man gar nicht mehr reparieren muss. Das wäre natürlich nice. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ach Gott, wo muss ich denn jetzt hin? Da geht es aber bestimmt nicht weiter, oder? Karte? Wie komme ich da rüber? Durch den Hundel, oder was? Nein, die jetzt die Ruhe kommt, friert den Besen. Was ist denn der Tunnel da, oder was ist denn der Tunnel? Da ist er. Da ist er. Da ist er. ok aber das ist auf jeden fall schon mal gesaved hier gehen wir doch mal nochmal durch den tunnel ich weiß nicht, muss ich denn da seitlich rein oder kann ich über den Zaun springen, ich weiß es nicht ok, hier kommen wir nicht über mach doch auf hier alter Schwede da kommen wir auch nicht rein fuck 600 punkte verloren mensch aber wie komm ich denn da durch ich komm doch doch bestimmt nicht oben da entlang oder kann ich mir echt nicht vorstellen probieren wir mal auf der seite komm ich hier irgendwo hoch da komm ich auch nicht hoch, kannst du vergessen oh hier sind ein paar Kisten gehen sie zum Fischerdorf aber aber wie ich komm doch da oben komm ich doch gar nicht lang oder sag ich doch oh ich muss da unten durch komm komm er sagt mir eigentlich hier lang oder? muss ich vielleicht hier irgendwo rüber? komm 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 da unten, kann ich da unten lang vielleicht da rum gehen? Probieren wir jetzt einfach mal. Aber hier werde ich bestimmt nicht weiterkommen. Ich weiß nicht, ob ich schwimmen kann überhaupt. Okay, ich komme nicht rein. Geh mal hier entlang, vielleicht komme ich ja irgendwie hier rum oder so. Okay, ich kann schon mal schwimmen. Okay, das schaut doch schon gar nicht so schlecht aus. Das könnte auch das Fischerdorf sein, so sieht es ebenfalls aus. Aber hier können wir auch nirgends wo rein. Ich muss jetzt echt mal das mit dem Schlossknacken jetzt probieren. Aber mir kommt es hier ein bisschen spanisch vor, weil hier nämlich eigentlich keine Gegner sind. Hier ist eine Bar. Kaffee. Geld, okay. Spät ist denn das überhaupt schon? Oh, okay. Mittagszeit. Nein, dass ich hier nirgends wo reinkomme, Bitch. Okay, hier sind Gegner. Ich glaube, ich schaue mich aber hier unten noch ein bisschen rum. Okay, Karim, ich bin vor dem Dorf, aber da drin wimmelt es nur so von Infizierten. Dann räum auf. Wir werden für Schutz bezahlt. Dann schütz mal. Wir werden hier oben mal die Lage ein bisschen abchecken. Sind die fetten, die ballern ganz schön. What the fuck? Mit ist es noch weit ist es ja nicht mehr. Nein, 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 nein. Ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Und ich bin hier oben. Ich bin hier oben. Oh, ne. Ist auch schon wieder kaputt. Ich hab nix mehr. Die sind alle im Arsch. Kann ich ja was reparieren. Clownhammer reparieren. Glasrohr. Kann ich auch nicht mehr reparieren. Scheiße. Hey. Hey. Spring nochmal. Ja, ja, ja. Oh Gott! Ich bin gemeint, aber auch nichts mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, oh, oh. Hey! Ich muss das Tor schließen, bevor noch mehr von den Biestern reinkommen. Nein, stirbst du jetzt! Jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen Zeug mitnehmen. So Leute, ich würde sagen, ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen umschauen. Und dann starten wir auch gleich die nächste Folge. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Und lasst mir auf jeden Fall ein Like oder sowas da, wenn ihr wollt. Würde mich sehr, sehr freuen. So, gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer André.